Urheberrechtsverletzung wegen der klassischen Musik So gut Ja ich hab auf den League of Legends FlexQ Videos eine Urheberrechtsverletzung wegen der klassischen Musik Die ist anscheinend Copyright gesichert Ja sehr wahrscheinlich Ja aber die ganzen Artists sind ja tot Wer will denn das claimen Was soll denn die Scheiße Hey du gehörst ja nicht dein Artists Töp bist du so naiv bist du halt Ich hab's gehofft Ja egal Ja das Problem ist halt Sagen wir werden die invaden Ich muss grad ein bisschen mit der klassischen Musik Ja boy Ah scheiße Wow Mach doch ne Kuh Wow Ich hab jetzt echt nicht gedacht Ich hab gedacht du verarsch mich Ich hab den fucking Paddy Ja ich hab dich auch verarscht Dann kommt die wirklich Oh boy Nice wasp du hast dich fast verfehlt Ja egal Der fucking Paddy geht weg Wow Aber der erste war jetzt Wow Okay äh So gut Ich hab nebenbei noch ein anderer Spieler Das heißt ich hoffe mal ich bekomme keine Lags Ich hab gerendert während ich gezockt habe Ja aber dein PC ist jetzt auch schon bald zwei Jahre alt Das war gezielt Der PC wird dieses Jahr glaube ich sogar drei Jahre alt Oh ja auf einmal Geburtstag Gerne Shit Ich weiß nicht weil ich den bekommen hab Ich hab den Geburtstag deines PC mehr als deinen eigenen Ja Au 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 Du hast dich nicht treffen Der bekommt Gold dadurch Shit Ich muss ihn aber treffen Dann kriegt er auch Oh und der hat ein Wab bekommen Oh no Oh no Aber er hat sein Helf-Port weg Okay geh mal rein Hilf mir Nein er flasht drüben Oh fuck Ich hab einen Kill Nimm die Minions nimm die Jawoll Du hast mich nicht gehealt Danke dafür Ja du warst dich in range Hehehe Hey ich bin zu dir zu Dings geflasht Ich hab den Förstplatz bekommen Du hast mich auch nicht bekommen Ich verabuchte mich und die Tysa Ich hab mich geklagt Aber er ist echt gut drüber gejummt oder flasht Ich habe gehofft ich könnte ich mit meiner Coo fat in die Fresse schlagen Schlag mich bitte und dann habe ich vergessen dass ich ja squishy bin und deswegen schaden macht Wenn haben die ich eigentlich im Jungle? Nattilus. Nice. Woh, die sind keine einzelne Famestarm. Nein, ich hab meine Kuh verwirrt. Fuck my life. Mach die Mut. ich geh gleich raus aus der spiel ich geh gleich wo 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 da nein da ich glaub da ich hab's doch gesehen Simon LeBrave du Nutbox schnell du musst reden sonst kommt wieder eine Urheberrechtsverletzung hahaha ja das macht Spaß ja oh boi 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 renn oh 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 boi hier renn renn und mach irgendwas sobald ich ult hab können wir auf jeden Fall reingehen alles klar ich hab ult karma already soll ich jetzt rein nein bitte nicht wenn ich ult hab soll ich jetzt noch ein ganzer level fast nein nein ich mach einmal schaden ok oh guck wie ich ausgeglichen bin jetzt kann ich sowas yeah auch nico du du mir weh ich hab ihr weh getan danke shit ich hab sie gehelt du also nico gatti mit dem roten lebensbalken das sind die gegner du musst das Leben nehmen ach du weißt ich bin so nett ich dachte ich gebe dem so Leben i forgot bumm oh yeah mach schaden bam oh meine kuh ist schon ganz gut wenn ich sie mal treff ja exactly weißt du so ist es mit vielen spells oh boy du wirst ja richtig outplayed ja eben schon aber ich hab noch einen lebenstrank das war der vom anfang ja alles geplant nicht wahr alles geplant ich sag ja mit einem halfpot kann man super zurecht außer man stirbt nicht hättest du einen full infight aktiviert hättest du vielleicht einen off-tech länger überlebt ja dann hättest du mich healen können ja richtig das war zu deinem fehler du pipi hast du mich grad pipi genannt ich hab dich typi genannt ja pipi nenn ich dich auch bumm oh nein sie hielt bumm oh nauti 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 schieb dich selbst shit ah ich wollte ausweichen ha sie hat daneben gezielt die nami wie lange war er da schon weißt du was ich mir jetzt hol weißt du was ich mir jetzt hol das da und zwei von denen ja yes please ich befind mich nicht mal die trifft nicht so warte da was können wir reingehen ich schack meine potion für dich ah alles klar simone le brave nimm den shield ich gehe rein kurz bevor der recall abläuft ja warte ich mach meine combo ah shit tötte ihn tötte ihn tötte sie ich bin ich hab kein mana shit ich hab daneben getroffen obwohl ich hab durch die killkrautmana bekommen ja epische musik geht da hat er den geht ach scheiße ich hab nur le geschrieben guck guck aber er heißt ja simon le brave also ist ok Bei der Y Bei der Y Nein, 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 nein Nein, komm, push Nein, gebet Was? Das war nur ein Prank Den wir mal jetzt aufsetzen Okay Naughty ist top Da ist ein Fisch Fuck Ich konnte sie nicht eintüchter Ah, jetzt habe ich ult Boom Damage ist echt nicht schlecht Finde ich auch Ja, ich nehme meine Drogen gerne Ähm, ich nehme mal pink aus Ich bin mal so frei Ja, ja, mach Ich habe meinen ja immer noch platziert Ah Oh cool, ich habe mich noch rechtzeitig geschildert Trotzdem Damage genommen Hallo, dein Leben Nein Nein, ich brauche einen Half-Port Ich muss back Ich hätte ich keine Leben nicht pinken Was, so ein Arsch Der greift mich an, während ich recall Okay, pass auf Oh no Obacht Sie, sieh, greift ein, krabat, krabat, krabat Okay, warte, warte Au Das tut mir weh Ah ja, Nami ist mit lane Geh rein Nami ist tot Keck Das ist toll, wenn ich dich schilde, dann muss ich ja gar nichts mehr machen Leben als Support Man Den kriegt man doch down, da Oh no Okay Shit, ich habe mich geschildert Nein, meine Minions Fuck Ich glaube, ich sollte eher shield leveln, das hilft dir mehr Okay Theoretisch Sollen wir starten, oder? Komm her Oh no, der ist jemand Oh lord, ciao Ich flash nochmal kurz raus Ich nicht Oh, der flash Shit Geh rein Ich bin tot Ich meinte Nautilus Äh, ja Ja, Nautilus ist reingegangen Sehr gut sogar Oh nein Oh nein Irgendwie opferre ich mich zu oft für dich Ja Ja Dabei, boah, ah nicht, brauche ich gar keine Erinnerung Ich glaube, der Note hat Gold wäre genau Ich brauche nur Punkte Ich brauche nur Punkte Das ist mir egal, ich bin auf Instagram Ähm, ich bin Adi-Damage-Fundi Wir machen schon viel AP-Damage, diehst du in diesem Game Geh ich? Geh ich auf MagicCast? Geh ich auf MagicCast? Ja, so Quinn Äh, gehen wir mal den Bot-Deathen und dann Was macht der? Lol, lol Die sind eine Scheiße Lol Jetzt, Jasuo Er holt ihn Jawoll Paragra hat es den Leuten gegeben So, jetzt kann ich schreien, du hast nen Shield Oh, Nami ist wieder Midlane Der hat kein Bock mehr Der hat kein Bock mehr Mit ihr Enemies Das ist eine gute Idee Oh, ja Jetzt, rein Gehen können Ich habe die Rückendeckung gegeben Jetzt kannst du nicht mehr rein Jetzt kannst du sterben Oh, boy Was? Gut ausgewichen, by the way Okay Greif irgendjemand an Nein, ich bin gestunt Wo sind alle? Warum sind alle toten? Wo sind alle? Alle gestorben Ah, das waren alle Alle gestorben Ah, das waren alle Und einer war top und einer anderen ist gestorben Wir jetzt, wir haben 4-4 verloren Was zum Fick? Werden wir das verlieren können? Wir haben kein gutes Team Ah Also wirklich nicht Guck mal, ich bin der einzige der eigentlich Kills hat Jesu hat dann noch 3 Tote dazu Ich habe auch 3 Tote dazu Aber es steht ja nur 7 zu 9, das geht ja noch Ja, aber ich habe die 4 Kills Ja, aber du hast ja einigermaßen gut überlebt Ja, weil ich was kann Weil ich dich geschädelt habe ab und zu Eindeutig Ja, das stimmt auch Ja, das stimmt auch Weil wir was können Ja, ich kann sterben Ich kann mich für dich opfern Das stimmt Finde ich immer süß Und ich kann mein Bein rausstrecken, wie ich gerade sehe Aha Auch erotisch Die monatheißen Ich bin ja eh schon wegen der Urheberrechtsverletzung Du kannst glaube ich nicht mehr monatheißen Du kannst glaube ich nicht mehr monatheißen Also ja, aber ich könnte es auch Also wenn ich jetzt monatheißen könnte Hey, dann ist einfach nur das eine Video Anti monatheißen Ja Und das wahrscheinlich jetzt auch, oder? Ja, ja Alle, alle Leute Videos Außer die ersten beiden Ranked Wo ich auch klassische Musik hatte Aber irgendwie Ja, der Typ hat halt keinen Bock Der dachte, der steht Bleibt mal tot Ja, ich raps nicht Warum ist die eine klassische Musik nicht Oder hast du es einfach nicht erkannt? Vielleicht merkt man es nicht, weil du halt kein großer YouTube bist Ne, es hat ja so ein automatisches Erkennungssystem Das funktioniert gar nicht immer Na, hallo? Die Videos waren nicht mal öffentlich gemacht Und das Teil war schon Au Das Teil der, und es war schon markiert als Urheberrechtsverletzung Ich glaube, es war k Ich hasse mein Leben Ja, macht mal alles, ich brauche MR Da ist eine Quinn Ich weiß, wenn ich auch reingehen Kannst du mal rollen? Da ist der Mensch Danke Den habe ich mit meiner Mama Was? Was? Ah, hier ist ja gar kein Turret mehr Protect me Wo bist du? Da Okay, ich bin der mit dem ganz wenig Leben Dass du es merkst Ich habe keinen hier Oh, shit Shit Alle waren blind Oh, Nico Ich habe... Was? Ich habe leider kein Dings gehabt, kein Shield Ich bin sehr gefährlich Ich muss back Jetzt traue ich mich nicht mehr Warum haben wir eigentlich einen Malfight, dass ich keine MR holt? Keine Ahnung D ways Ich weiß Ich habe hier viele andere Ich habe ihn nicht mehr Sex Ich habe mich nachher Ich habe ihn nicht mehr Ich habe ihn nicht mehr Ich mache ihn nicht mehr Ich habe ihn nicht mehr Ich kann sich noch etwas Hier haben wir unseren Ward entdeckt. Shit, wir sehen nicht, was die machen. Die machen Drake! Au! Ich kann nichts machen bei dir. Ja, passt. Wir sind eh lost. Lost? Ist es lost? Ist es lost? Nein, das ist gefunden. Three guys are dead again. Das ist so sad. Können wir 50 in der Nexus hitzen? Können wir da in der Nexus hitzen? Wir werden ein Problem haben? Warum bist du tankiger als der Rest von unserem Team? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Warum haben wir kein Team? Jetzt geh rein. Geh rein, Yasuo. Geh rein. Deine Speziali... Oh, boy. Rez, Reven. Das ist für Dimage. Super. Boom. Geh rein. Geh einfach rein und kill sie. Oh, Jenny. Hä, das wollte ich machen, wenn du sie weggehst. Die Pflanze. Dass ich die Rapper haben kann. Dass ich sie auch killen können und dann den Red Bug holen können und dann hätte ich die auch nicht geklaut. Ja, aber die werden auch mit der Position hergeschwungen. So schnell kann ich sie noch nicht töten. Oh boy. Top lane. Rape. Und sie ist tot. Again. Again. And again. Und wieder. 6 0 7 Nautilus. Oh wow. Ja gut, ich muss eigentlich, wenn ich jetzt schon Last Whisper gehen muss, dann ist es echt nicht krass. Äh, der Mehrfahrt hat glaubt. Ja, wobei, wenn der erst gute Reaktion hat. Äh. Ich muss jetzt gerade jetzt schon Last Whisper gehen. Ja, ja, okay, jetzt schon Last Whisper. Last Whisper, I gave you my heart. But the very next day, du gabst es away. Oha. Ich weiß nicht. Wenn ich Last Whisper jetzt gehe, kann ich halt ein Korbbild nicht haben. Ja, ähm. Gut, berechtigte Gründe. Und ich sag mal, ey. Nee, ein Item, ein Item muss ich davor gehen. Okay. Hol dir the Cull, dann hast du dein Item. Nein, nein. Ich gehe in Nashless Truth. Nashless Truth? Ich habe den Son von Byron. Neffetiv. Neffetiv. Nicknacktick. Oh, boy! Oh, boy! Was? Okay, er ist mir zu tanky. Macht's gut. Ja, wahrscheinlich ist der so fast, der Typ. Ah, was ist das? Ja, jetzt haben wir es verloren. Bring mich schon. Hashtag. WP. Guter Nautilus. Und die Musik setzt dramatisch ein. Oh nein, sie schreiben GG mit Ausrufezeichen. Alles klar. Das, was Herr, ves que gaan. hi. Evet. BehindM Bern. Ho cakeучba. Hop! qui been easier. Die boys. Bye. Day- Dia hi! Die boys. Vielen Dank.